Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Kartenvorstellung Animation Throwdown hier auf unserem Kanal sofort und gleich. So, schauen wir mal, hier ist Sir Matt CSGO, habe Roger und Tom Landry Middle School gezogen, wie findest du die? Ich habe das andere Video zu Roger habe ich ja jetzt schon gemacht, jetzt machen wir das zu der Tom Landry Middle School, gucken uns die mal an, die Tom Landry Middle School und auch da hast du wirklich einen absoluten Glückstreffer. Ja, Gratulation, geil. So, gucken wir uns die mal an. Also, hier mit Chris zum Beispiel, gleich die erste geile Combo mit Chris, also jetzt nicht mit dem Common Chris, sondern mit dem Leggy Chris. Ich habe die hier alle mehr Quad-Fused, damit man ungefähr sehen kann, wo kommt man denn raus, wenn das Ding mega stark ist. So, also haben wir 24, das ist halt auch so eine First-Hit-Kombo und ich liebe First-Hit-Kombos, weil so gewinnt man die meisten Matches ohne Schaden zu bekommen. 24 Angriff, 25-fach Punch und 27-fach Mauer, also mega geil. Dann haben wir jetzt 6 Sawyer, finde ich jetzt nicht ganz so toll. Flirty Tutor ist jetzt auch nicht so mein Ding unbedingt, wobei jetzt hier mit dem Mythic Quagmire, 13-fach motivieren, 27, wobei das wäre jetzt der Mythic Quagmire. Da muss man jetzt natürlich dann wieder sehen, die Mythic ist ja hier Quad-Fused, das müsste man dann ein bisschen runter machen. Also, dann gucken wir uns an, hier in Sexe, ja, in Sexualkunde Peter, auch eine First-Hit-Kombo. 20-fach Boxen, 22-fach Angriff, bist du bei 42. Viele Karten kriegst du damit auch nicht alle, aber viele. So, Cheerleader Lois, ja, wenn du mal durch eine Mauer durch musst, dann hier, mega Kombo. Die Bad Tina, die schlimme Tina. Hammer, 17-fach Boxen, 23-fach Angriff, 11-fach Grace und momentan absolut geil. Also, was heißt momentan? Die ist immer absolut geil. So, dann haben wir die Senora Hill, finde ich jetzt nicht ganz so toll mit der Peggy. Dann haben wir hier mit dem Stan, lohnt es auch nicht wirklich. Back to School Stan. Winfrey ist auch nicht so toll. Gina Don. Okay, hast du Motivieren, hast du Cheers und hast das Durchstoßen der Mauer. Das ist schon ziemlich stark hier. Zehnfach, 21, 21, 26. Dann haben wir hier sogar eine geile Kombo für die Linda, was schwer ist. Eine zu finden, aber die ist gut. Die PTA Revalry mit 16-fach Revanche, 22-fach Punch und 21-fach Angriff. Also, geil. Den Swim Teacher Bob finde ich jetzt nicht ganz so toll. Hier diese Präsentation oder Show and Tell habe ich selbst schon öfters gespielt. Hast du Cripple All und Gas. Also, erstmal bei den gegnerischen Charakterkarten. Jetzt, also den Angriff runter, Cripplen und dann im schönen Gas angreifen. Dann haben wir hier eine mega geile First Hit Combo. Running Back Hank mit 47 Angriff. Also 25 Angriff, 22-fach Punch. Die ist echt nice. So, das mit dem Dale kann man vergessen. Hier The Bill Dozer. Oh, The Bill Dozer. Wer kennt die nicht? Der Bill Dozer. 23-fach Mauer, 22-fach Schild. Dann haben wir hier Craze, 27-fach Angriff. Der QB Boomhauer ist schon ziemlich edel, muss ich sagen. Hier auch mit Mauer, mit Cheers und mit Punch. Longhorn Bobby finde ich jetzt nicht ganz so toll. Habe ich aber auch schon gespielt, wenn es notwendig war. Weil er einfach extrem viel Leben hat. Auch 74 Leben. Dann Robothouse. Auch eine Combo, womit man... Also die spiele ich jetzt nicht unbedingt als... Jetzt bin ich schon wieder aus dem Ding raus. Was ist denn da heute los? Irgendwie mag er mich gerade heute nicht so. Also, Robothouse ist stark. Ja, hast du 38. Aber 38 reicht dann aktuell doch oftmals nicht ganz so aus. Aber um sie zum Beispiel auf einen hinteren Slot zu spielen. Also irgendwo auf Slot 3 oder so, wenn du vorne... Am Kämpfen bist. Dann kannst du mit der schön seitlich reinpunchen. Du hast einmal 17 Punch. Dann hast du noch Cripple. Also... Definitiv eine starke Combo. Der Gunther... Oder Günther... Ja... Brauchen wir nicht. Student Amy... Also toll. Und der Student Fry... Ja... Also hat einmal Cripple und Durchstoß in der Mauer... Ist zwar... ganz okay. Aber ist jetzt nicht der Opa Burner. Das Student Fry. Also... Ähm... Wenn es euch geholfen hat. Wenn es euch gefallen hat. Dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Und schaut es nächstes Mal wieder an. Wenn es euch heißt. Animations Rolldown. Mit mir, dem M.Gai. Schaut rein. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.